Musik Ganz sicher nicht. Die ersten sind zwar sehr selbstbewusst, aber nicht größenwahnsinnig. Das ist ein netter Vergleich, ein witziger Vergleich, aber die Verhältnisse sind natürlich völlig andere. Also ich bin inzwischen sehr davon überzeugt, dass das Internet eine zunehmend starke Bedeutung als Kommunikationsplattform haben wird. Das heißt nicht nur um Nachrichten, Meldungen, Informationen an User zu bringen, sondern dass auch User ihrerseits Anregungen und Debattenbeiträge für die Programmatik einer Partei einspeisen können. Das versuchen wir in der Zeit auch. Ganz sicher. Das ist ein netter Vergleich, ein witziger Vergleich, ein witziger Vergleich, ein witziger Vergleich. Das ist ein witziger Vergleich, ein witziger Vergleich. Das ist 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 ein witziger Vergleich. Bis zum nächsten Mal.